Mein Preis ist hoch, dieser Platz in der Sonne, ist zweifelsohne begehrt. Mein künstlerisches Feuer, verkauf ich teuer, ich bin ein Star, alles klar. Die Idee ist entstanden, da der Christian Kolonowicz und auch die Angelika Messner als Libretistin ja schon einmal für uns an der Volksoper ein Stück geschrieben haben, Antonia und der Reisleufel. Und im Jahr 2011 zum ersten Mal vorgeschlagen haben, doch ein Stück über Antonio Vivaldi zu bringen, der für den Christian Kolonowicz der erste große Popstar war. Hallo meine Damen, heute Nacht bin ich noch frei. Morgen bin ich Priester, dann ist alles vorbei. Also für mich lag die Faszination natürlich auch in dem lebendigen Menschen Vivaldi, der im Grunde wirklich so gelebt hat, wie ich in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts Musik erlebt habe. Genauso hat der meiner Meinung nach damals wirklich gelebt. Also rotzfrech, alles vollkommen neu sehend und sich auf nichts einzulassen, keine Konventionen anzuerkennen. Also er war ein unglaublicher Rebell. Ein dunkles Geheimnis liegt über ihn, doch wir wissen, sein letztes Werk schrieb er in Wien. Das Stück beginnt auf einer realistischen Ebene am Karlsplatz, das wir bühnenbildtechnisch in einer Art Filmkulissen, Zitat en Miniatur, bauen. Dann blendet das Stück rüber in eine reale Situation 1740, also wenn Vivaldi die Koffer packt, um nach Wien zu gehen. Und dann haben wir in der Theater auf dem Theater Situation bei Goldoni die Situation, dass wir da nochmal von der Kindheit bis zur 1740 Gegenwart durch das Leben von Vivaldi gehen. Das war diese eine Schiene, die wir bei der Idee des Stückes aufgenommen haben, dass ein Künstler überhaupt auf die Idee kommt, dass er sich inszeniert. Und die andere Geschichte, die kommt eben auch ganz stark in dieser Annina-Figur heraus. Dieses Weggehen von der Comedia dell'Arte und von den Masken und von dieser Künstlichkeit zu immer mehr Natürlichkeit. Es gibt ein wunderschönes Lied in diesem Werk, das die Annina singt, als sie gegen diesen Kastraten antreten musste. Und das hat sie Vivaldi die ganze Zeit gelehrt. Denk an die Wahrhaftigkeit. Denk, dass es du bist. Du bist es. Du bist keine Kunstfigur, du bist kein Zirkuspferd, wie er so schön sagt. Da denke ich auch immer drüber nach, was machen wir eigentlich auf der Bühne? Was stellen wir da eigentlich da? Wollen wir jetzt irgendwie nur im Mittelpunkt stehen und von Scheinwerfern angeleuchtet? Oder will ich wirklich eine Figur, eine ganz ernste, mit all seinen Sorgen und Verzweiflungen und so weiter spielen? Zu groß die Versuchung, im Lichterglanz zu stehen, gefeiert zu werden, in die Menge zu singen, von Gott und den Menschen geliebt. Die Arrangements sind wirklich ineinander geschrieben. Also das, was Rockmusik stilistisch ist, kommt da vor in dieser Band. Und gleichzeitig kommt diese Vivaldi stilistisch auch da vor. Und es geht sich aus. Also weder muss sich die Barockmusik verbiegen, noch muss sich die Rockmusik verbiegen. Ich bin bereit für die fünfte Jahreszeit, für die fünfte Jahreszeit.